Hallo aus dem Service Center in Landau. Mein Name ist Daniel Schweitzer. Ich bin der Leiter vom Service Center und dem Showroom und ich möchte euch heute einfach mal zeigen, was wir hier so für euch im Showroom parat haben. Ich möchte mal anfangen mit unserer imposanten Radiowand. Da haben wir für euch 18 Geräte ausgestellt. Vom einfachen Radio über den Monisiever bis hin zum Navigationsgerät mit Vollausstattung. Da können wir einfach mal gucken, was für euch das richtige Gerät ist. Ihr könnt die Teile anfassen, bedienen, einfach mal angucken und wir schauen einfach, was für euch dann das richtige Gerät nachher ist, was ihr für Funktionen benötigt oder auch nicht etc. Ich bin sicher, da finden wir ganz bestimmt was für euch. Dazu haben wir passend hierzu die Rückfahrkameras montiert, die wir so im Sortiment haben. Da könnt ihr euch auch mal die Bilddarstellungen angucken. Die haben wir nämlich an den Geräten mit angeschlossen, so dass ihr einfach auf Tastendruck mal gucken könnt, was da schlussendlich angezeigt wird. Zum Radio passend auch das Thema Sound. Wir haben hier verschiedenste Lautsprechersysteme parat. Von der Plug-and-Play-Lösung bis hin zur ganz individuellen Lösung. Vom Kastenwagen bis zum Vollintegrierten bis zum Liner. Alles dabei. Da finden wir auch sicherlich das richtige Soundsystem für euch. Wir haben das ein oder andere auch in unseren Show-Cars oder Demo-Cars eingebaut, was ihr euch mal anhören könnt. Zum Thema Sound nehme ich euch ganz kurz mal mit an die nächste Wand. Da haben wir das ein oder andere Set auch mal ausgestellt, damit man sich das mal angucken kann. Zum Beispiel unser CAK 1650 für den Ducato, den Einbau-Lautsprechersatz. Das passende Bassmodul dazu, was es in unseren Plug-and-Play-Systemen dann auch mit gibt, damit man das einfach mal gesehen hat, was da unter den Sitz oder hinter das Sitzgestell kommt. Passende Aufbau-Lautsprecher für die größeren Lösungen. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. Auch anschauen und erklären könnt ihr euch die Alarmanlagen. Hier haben wir das Portfolio von den Alarmsystemen von Vodafone einfach mal dargestellt mit den entsprechenden Optionen, mit den Ausstattungsmerkmalen. Da kommt es einfach darauf an, was ihr für ein Sicherheitsbedürfnis habt, je nach Fahrzeug individuell gestaltbar. Ein Ortungssystem haben wir noch mit Impetto, was man damit anschließen kann. Rudersysteme seht ihr hier. Unser 4G-Rudersystem. Unser 5G-Rudersystem ist jetzt am Start. Das haben wir auch lagern da. Auch da beraten wir euch gerne, was da passend ist. Thema Bild, Fernsehhalterung in allen Ausführungen, unser gängigstes Modell, der Auszug der seitlichen, Drehadaptionen dazu. Also auch da relativ flexibel im Fahrzeug anzubringen. Je nach Ausstattung, je nach Wunsch, was ihr da gerne hättet. Gegenüberliegend an der Wand passend Fernsehgeräte dazu. Unterschiedliche Ausführungen, unterschiedliche Größen auch mit bei. Angefangen beim kleinsten 19 Zöller, 22 Zoll Smart TV, 24 Zoll, 32 Zoll Smart TV. Auch da von bis, je nachdem was an Anspruch vorherrscht, was ihr da wünscht. Ein passendes Soundbar gibt es mit dazu. Können wir uns auch alles mal angucken, anhören. Wie gesagt, Showroom heißt einfach herkommen und die Sachen halt live erleben und einfach mal anfassen und angucken. Last but not least haben wir ein breites Spektrum an Energie. Wir haben Batterien im Sortiment, wir haben Wechselrichter im Sortiment, den Ladebooster, Solar und den Regler dazu. Auch da können wir energetisch ganz viel tun nachher. Also, überlegt es euch, ruft uns an, macht einen Termin zur Beratung, kommt her, wir freuen uns immer über Besuch und beraten euch gerne und finden dann auch sicherlich die passenden Produkte für euch. Bis denn, Servus!